Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Riggs Project von Minecraft. So, ja wir waren das letzte mal hier im Haus, haben wir aufgehört. Und jetzt ist schon ein bisschen was gewachsen. Aha, hab nur den Drops eigentlich aufgehört. So und die Karotten wachsen hier auch. Hier sogar ein bisschen Zucker auch gut. Ich hab nicht mehr auf dieser Welt verbracht, also vielleicht ein bisschen ist schon gewachsen. Aber nicht viel. Das ist nämlich gut, dass wir eine separate Welt haben. Komm. Du musst hier rein. Komm. Du auch. Komm. Ja, nein. So. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen innen fittern. Wir können hier sicher irgendwo leicht rüber. Dann machen wir doch das einfach so. So. Dann können wir so rüber. Und hier dann wieder raus. Jetzt gehen wir mal kurz Home GS. Hier habe ich außerhalb des Let's Plays ein kleines Grundstück gemietet. Und bei Slash Warp RPG. So. Habe ich hier einen Brunnen angefangen. Hier war mal ein Turm. Da habe ich den zweiten Turm hingesetzt. Aber der hatte nicht so richtig Platz. Dann habe ich den anderen Turm abgerissen wieder. Und jetzt den Brunnen hingetan. Das werde ich jetzt wahrscheinlich in jeder Ecke noch tun. Und beim grünen Reich habe ich begonnen, eine Strasse zu machen mit dem Haus. Ich muss das nochmals überarbeiten. Aber ja, so sieht dann so ein kleines Viertel dann aus. Also im Rohdiamanten. Ja. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen meinen. Ähm, ich muss mal die Homes nochmals raussuchen. Wir könnten mal zum Steuern gehen. Ja, gehen wir mal zum Steuern. Den habe ich gefunden. Ich möchte ihn nun zeigen. Vielleicht sind schon ein paar Teile erkundet. Aber ich glaube ich weiss, wo der Rest ist. Ich muss hier runter. Und dann... Und dann... Ab hier... Nein, hier nicht. Nach links. Genau. So, jetzt sollte dann der Steuern kommen, wo wir noch nicht so waren. Da oben dran könnten wir mal schauen. So... Ja, ich war extrem müde gestern Abend und habe nicht mal den Fußballmatch FC Basel-Valencia gesehen. Also Valencia-Basel. Und zum guten Glück habe ich den nicht gesehen. Der war ja kurz strophal. Das ist wirklich auch eigentlich die Schuld des Trainers. Weil er es extrem defensiv spielen lassen. Nicht angegriffen hat. Nichts. Da kann Valencia extrem Druck machen. Die haben Talente. Die haben scheinbar mehr Talent als wir. Auch wenn wir sie 3-0 geschlagen haben im Hinspiel. Und jetzt... Ja... Haben wir 5-0 auf die Schneize bekommen. Oh mein Gott. So schnell kann es manchmal gehen. Noch als Wunde gepriesen und dann plötzlich Tiefe fallen. Das ist gut, dass ich hoffentlich auch mal bald denen helfen kann. Oh mein Gott. Hier sind überall Gummiteile. Aber wo? Hä? Was ist denn? Ein Grafik-Fail? Aha. Der hüpft ober uns durch. Jaja, Skeletti. Ich weiss, dass du ihn helfen musst. So schauen wir mal was hier ist. Aber hier ist leider der Steuern schon ein bisschen... Also ganz weg. Hier könnte man wieder runter. Oder man könnte hier runter. Hier ist ein Creep der nicht explodieren kann. Haha. Eigentlich könnte man jetzt natürlich mit den DVD... Also mit den... Schallplatten machen. Aber... Ah hier ist ein... Ah. Ja toll, jetzt hast du mich runter geworfen. Hallo. 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 Grüß dich. Was machst du mit mir? Hä? Du Schlängel. Schlängel. Oh. Oh. Hat er sich selbst umgebracht. Ja toll. Was ist denn das? Wieso kommt überall Monster? Dass es nicht gut wird. Blauer denn er ist. Kein Item. Schade. So jetzt könnten wir hier hoch gehen. Nehmen wir mal... Den Stein. Hoppel. Ja das Gold müssen wir jetzt nicht mitnehmen. So was ist hier sonst noch? Ah hier waren wir schon mal. Also war ich schon mal. Hm. Hier aber noch nicht scheinbar. Okay das Gold nehmen wir jetzt mit. So gut. Sonst haben wir hier nichts mehr. Schade. Ah jetzt nichts mehr. Okay gehen wir nach vorne. Ähm. Ja. Hier doch. Aha. Was sehen wir? Hier. Leider nur. Ein zweiter Gang hier. Ach komm schon. Irgendwann. Irgendwann muss es doch noch hier sein. Das ist ja so winzig. Sonst. vielleicht hier weiter. Hier runter vielleicht. Hm. Ist nichts. Okay. Hier runter. weiter. Man hört hier irgendwo an. Der ist von oben gekommen. Ah hier gehts weiter. Aha. Ein Geheimgang. Mit nichts. Nichts. Nichts und nimmer was. Okay. Dann gehen wir Streetman. Aha. So ich schau einer an. Hier gibt es noch einen Klommletten und einen Waggon. Was ist drin? Kürbiskerne. Melonenkerne. Sehr schön. Können wir einen grösseren Garten machen. Haha. Aber als Lebensmittel tragen sie nicht so. Hier geht der Stollen weiter. Aha. Wohin gehst du denn? Was willst du uns verheimlichen? Was willst du uns verheimlichen? Was will das hier verheimlichen? Einen Spawner? Scheinbar schon. Oh. Ja. Ein Spawner. Sehr schön. Oh. Zwei Gottenäpfel. Ein Sattel Redstone. Okay. Ähm. Machen wir hier. Set. Home. Monster. Zombie Spawner. So. Slash Home. So. Slash Home. So. Hier können wir noch kurz unten zuerst fehlen. So. Okay. Dann schauen wir mal wo wir die Hacke haben. Machen wir mehr Dinger. Felder. Kürbiskernen. Kürbiskernen. Und. Ähm. Hier. Melonenkerne. Machen wir die. Machen wir die. Hier unten. So. Und wenn wir hier jetzt. Wasser hin tun. Können wir eigentlich rings zoomen. Ah nein. Müssen wir noch einen. Bisschen Scheiß jetzt aus hier. Schon gut. Ah. Müssen wir nicht mal. So. Plop. 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 Und hier. Hier und hier. Und können wir noch. Hier rein tun. Und die. Melonenkerne kommen dann hier. Hin. So. Der Zuckerrohr kommt noch hier hin. Gut. Was haben wir sonst noch? Noch ein bisschen Zuckerrohr. Ähm. Karotten wollten wir noch pflanzen. Die haben wir hier. So. Dele. Hm. Wir haben hier überall nicht Platz. Ach komm. Machen wir die hier. So. Und jetzt bauen wir wahrscheinlich noch ein bisschen am Haus weiter. Also. Hier haben wir direkt einen schönen Baum. Hehehe. Hehehe. Der anderen Hund zu Hause gewachsen ist. Ach komm. Nur weil du hier angewachsen bist oder was? geht der gar nicht mit dem. Ähm. Trief. Weiss ich. Mit dem Triemot. Aber jetzt geht er. Aha. Du wolltest nur. Dass der Stamm ein bisschen dünner wird. Ja. Verstehe, Böhmchen. Und Plup. Aha. Ja. Ja. Ja.